Ich zeige euch heute, wie man den Redemings in fünf einfachen Schritten lösen kann. Und wir verwenden dafür die Layer-by-Layer-Methode, eine ganz einfache Anfänge-Methode. Man beginnt mit der weißen Ebene, das ist diese hier. Dann geht man weiter zur zweiten Ebene, das sind diese Steine hier. Dann die mittlere Ebene, das sind diese hier alle. Und dann noch die vorletzte Ebene, das ist diese hier. Und dann am Schluss eben noch die graue Ebene. Wenn ihr andere Farben habt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr erkennt eh an den Mittelsteinen, welche Farbe ihr habt und welche ich habe. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel statt Weiß eine andere Farbe habt, dann denkt ihr euch eben immer, wenn ich Weiß sage, eben eure Farbe. Algorithmen verwenden wir quasi gar keine, nur am Ende eine etwas längere Kombination. Aber das ist im Prinzip eh immer dasselbe, so wie es auch bei jedem anderen Redi-Cube der Fall ist. Also wenn ihr den Redi-Cube lösen könnt, dann ist das natürlich ein Vorteil, aber ihr müsst es nicht für dieses Tutorial. Wir beginnen als erstes mit der weißen Ebene und hier speziell jetzt mit den Ecken. Und die Ecken sind bei dem Redemings immer diese dünnen Steine hier. Und die Kanten wären diese hier. Der erste Schritt ist ganz einfach und zwar müssen wir einfach nur diese Ecken hier richtig ausrichten, die weißen. Ihr müsst eben zuerst den Mittelpunkt hier suchen, das ist hier bei mir dieser weiße. Und dann dreht ihr einfach diese Ecken jeweils immer so lange, bis hier dann die weiße Ecke nach oben guckt. Hier ist es jetzt richtig. Hier drehen wir so rum. Dann haben wir hier die weiße Ecke. Hier. Und am Schluss noch hier. Genau. Und somit hätten wir jetzt schon alle fünf weißen Ecken richtig gedreht. Nach den Ecken löst man dann immer die Kanten. Und ich habe jetzt bei meiner weißen Ebene bereits eine Kante, die schon richtig eingesetzt ist. Das war rein zufällig gerade der Fall bei mir. Und zwar ist das diese hier. Diese hier, die wäre falsch eingesetzt, weil hier natürlich das Hellgrün nicht zu dem Gelb hier passt. Ihr könnt jetzt einfach mal irgendeine Position aussuchen, die ihr lösen wollt. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal diese hier, also weiß und blau. Die müsste dann hier eingesetzt werden, die Kante. Aber zuerst muss ich die mal suchen. Ich drehe mir einfach den Würfel und gucke, hier liegt die Kante. Und ich muss diese Kante jetzt eben entweder, hier gehört die eingesetzt, und ich muss sie entweder hier oder hier hinschieben. Das könnt ihr problemlos machen, wenn ihr einfach diese unteren Ecken hier dreht. Die dürft ihr hier natürlich nicht drehen, die Ecke. Aber das hier unten, da könnt ihr die Kante, nämlich diese hier, rumschieben, wie ihr wollt. Und dann einfach genau darunter schieben, wo die dann auch reingehört. Nämlich hier, hier gehört die rein. Und hier liegt jetzt meine Kante. So, würde ich die jetzt einsetzen, dann würde die falschrum drin liegen. Ja, ich habe die jetzt mal eingesetzt. Die ist falschrum. Mache ich nochmal rückgängig und ich zeige euch, wie das richtig geht. Denn wenn ich hier jetzt meine Kante einsetzen möchte, dann muss die Farbe, also nicht weiß, sondern blau, muss zu mir zeigen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Mich guckt gerade weiß an. Das heißt, ich drehe mir einfach meine Kante hier rüber. Und jetzt guckt mich blau an. Und dann kann ich die nämlich hier oben einsetzen. Ja, meine Kante liegt jetzt gerade links. Es kann auch sein, dass die bei euch rechts liegt. Aber es funktioniert im Prinzip immer gleich. Ich öffne einfach hier diesen Deckel hier nach unten. Und dann kann ich nämlich meine Kante hier reinschieben. Und dann sieht man schon, weiß passt zu meiner weißen Ecke. Und die kann ich dann einfach wieder hochdrehen. Und jetzt ist meine Kante eingesetzt. So, bei mir lag die Kante jetzt links. Jetzt zeige ich das mal für Leute, bei denen die Kante rechts lag. Also ich mache einfach jetzt mal hier die rot-weiße Kante. Und gucke mal, wo die liegt. Die liegt hier. Das heißt, ich schiebe mir wieder diese Kante hier mit den unteren Ebenen zur richtigen Position. Genau. Und die gehört jetzt eben hier oben eingesetzt. Sie liegt wieder genau da, wo sie auch liegen sollte. Also entweder hier oder hier. Also quasi genau darunter. Und diesmal liegt meine Kante rechts. Und die Farbe guckt mich an. Genau das ist richtig so. Denn so kann ich die nur einsetzen. Hätte mich die Farbe hier nicht angeguckt, dann muss ich die eben rüberdrehen. Gut. Also setzen wir die ein. Ich öffne hier den Deckel. Schiebe mir die Kante hier rein. Und mache den Deckel hier wieder zu. Und somit ist diese ebenfalls eingesetzt. Dann hätten wir jetzt schon eins, zwei und drei Kanten eingesetzt. Und hier kommt eben grün und weiß rein. Und wenn ich jetzt bei meinen Würfeln mal gucke, dann sehe ich, die liegt gerade hier oben. Also die ist bereits bei der weißen Ebene eingesetzt, liegt aber falsch drinnen. Wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr einfach den Deckel hier öffnen und die hier runterschieben. Und dann müsst ihr aber hier diese Ecke wieder richtig drehen, dass eben weiß wieder nach oben guckt. Und so konntet ihr jetzt eben die Kante hier nach unten befördern, ohne dass ihr hier oben etwas zerstört. So und jetzt drehe ich mir die einfach hier rüber zur grünen Fläche eben. Genau. Die gehört jetzt hier oben eingesetzt. Hier haben wir meine Kante. Und mich guckt gerade die Farbe nicht an. Mich guckt gerade hier nämlich weiß an. Das heißt, ich schiebe mir die rüber. Und so guckt mich jetzt eben die Farbe an. Und dann kann ich hier den Deckel öffnen. Meine Kante einsetzen. Und hier wieder den Deckel schließen. Und schon habe ich ebenfalls diese Kante eingesetzt. So, jetzt fehlt mir nur mehr diese hier. Aber hier mache ich jetzt noch einen Spezialfall rein. Denn es könnte nämlich sein, dass bei euch die Kante bereits an der richtigen Position eingesetzt ist, aber falsch gedreht. So wie hier eben. Dass eben hier gelb nach oben guckt, obwohl der weiß nach oben gucken sollte. Das ist alles kein Problem. Ihr schiebt die einfach genauso wie bei dem Fall davor gezeigt einfach hier runter. Ihr könnt egal welche Seite nehmen. Also ich nehme jetzt einfach mal, ich drehe die einfach mal nach links runter. Das ist komplett egal. So und dann schiebe ich mir die hier eben auf die unteren Ebenen hier. Hier, dann habe ich die hier. Und dann muss ich hier natürlich weiß wieder nach oben gucken lassen. Also das wieder korrigieren. So, jetzt habe ich hier meine gelbe Kante nach unten befördert. Und die muss ich jetzt hier oben einsetzen. Mich guckt gerade gelb nicht an. Das heißt, ich schiebe die hier rüber. So, dass mich eben gelb anguckt. Und dann kann ich die nämlich richtig einsetzen. Das heißt, ich öffne den Deckel hier. Und schiebe hier meine Kante rein. Und schon haben wir die erste weiße Ebene, also die weiße Ebene, die erste Ebene gelöst. Und bei der zweiten Ebene beginnen wir jetzt wieder mit den Ecken. Die müssen nämlich wieder richtig gedreht werden. Und das hier wären nämlich die Ecken hier. Also genau die, die auch zur weißen Ebene angrenzen. Also drehe ich jetzt einfach mal diese Ecke hier. So, dass das eben hier mit dem Mittelstein übereinstimmt. Genau. Dann drehen wir die richtig. Jawohl. Diese hier und zwar in die Richtung. Genau. Jawohl. Und noch die letzte Ecke. Und dann sind die hier alle richtig gedreht. Und so kann man jetzt auch gut erkennen, wo denn jetzt die Kanten, das machen wir jetzt nämlich im nächsten Schritt, richtig eingesetzt werden müssen. Nämlich hier. Genau an diesen fünf Positionen, hier ist sogar schon eine Kante richtig eingesetzt, müssen unsere Kanten eingesetzt werden. Und um diese einzusetzen, drehe ich den Würfel um. Dass eben weiß nach unten guckt, denn so kann man die Kanten viel einfacher einsetzen. Ihr könnt jetzt wieder mit irgendeiner Kante starten. Ist völlig egal, welche ihr der nehmt. Die habe ich ja schon gelöst. Also ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Die hat dann die Farben Dunkelblau und Rot. Also suche ich mir mal die Kante, wo die denn überhaupt liegt. Und die liegt jetzt bei mir hier. Das erste, was ihr machen müsst, wenn die so weit weg von der Position liegt, wo sie denn hingehört, ist, dass ihr die einfach mal hochdreht. Und zwar zur grauen Ebene. Das ist ja die graue Ebene hier. Da dreht ihr die einfach mal hoch. Denn dann kann euch nichts passieren. Denn dann könnt ihr die einfach problemlos hier ganz rüberschieben, ohne dass ihr unten hier die weiße Ebene wieder zerstört. Gut. Jetzt liegt die hier und hier gehört sie eingesetzt. Aber um solche Kanten einzusetzen, müssen wir die entweder hier hindrehen oder hier hindrehen. Also quasi so, quasi gegenüber, ne? Hier oder hier. Also links oder rechts. Ich drehe die jetzt einfach mal hier runter, denn da liegt sie ja schon. Genau. Und bei mir ist die jetzt hier und hier gehört sie eingesetzt. Und als erstes müsst ihr jetzt überprüfen, ob die dann auch richtig eingesetzt wird. Und zwar müsst ihr einfach auf die Farben gucken. Also die Farbe, die mich anguckt bei der Kante, das ist jetzt rot. Und die Ecke ist ebenfalls rot. Also kann ich die problemlos einsetzen. Ich zeige euch jetzt noch kurz einen anderen Fall. Denn es kann natürlich auch sein, dass bei euch jetzt die Farbe blau zu euch guckt und hier aber rot ist. Und dann funktioniert das Einsetzen nicht. Da wäre sie dann falsch drinnen. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann müsst ihr die Kante von hier nach links positionieren. Also hier rüber. Das heißt, ich mache das jetzt mal bei mir. Ich drehe die einfach von hier nach oben. Und dann kann ich die nämlich hier oben ganz problemlos rüber drehen. Und zwar eben hier nach links. Also hier hin. Genau. Und jetzt sieht man nämlich, dass die Farbe und die Ecke hier die gleichen Farben haben. Und dann kann ich die problemlos einsetzen. Ob die jetzt bei euch links liegt oder rechts, funktioniert genau gleich. Ich öffne einfach den Deckel. Kann dann meine Kante hier reinschieben. Und schließe wieder den Deckel und dann ist die Kante eingesetzt. Wenn die Kante jetzt bei euch nicht links lag, so wie bei mir, sondern rechts, dann kein Problem. Ich zeige euch jetzt das gleich noch. Aber ich mache das eben mit meiner gelb-blauen Kante. Die muss nämlich hier eingesetzt werden. Also ich suche mir die jetzt mal. Die habe ich hier. Das heißt, als erstes drehe ich die wieder zur grauen Ebene hier hoch. Damit ich die dann eben hier rüber transportieren kann. Nochmal. Und einmal noch hier rüber. So. Gut. Hier gehört sie eingesetzt. Und ich drehe mir die jetzt aber wieder gegenüber von diesem Stein hier. Also hier hin. Genau. Und jetzt überprüfen wir. Die blaue Farbe guckt mich an und die Ecke ist hier ebenfalls blau. Also kann ich die problemlos einsetzen. Das heißt, ich öffne den Deckel hier. Und setze meine Kante ganz normal ein. Und dann schließen wir den Deckel wieder. Und die Kante ist eingesetzt. So. Jetzt haben wir schon drei Kanten eingesetzt. Fehlen nur noch die letzten beiden. Und zwar gehört hier jetzt die gelbe-lilene Kante hin. Und wenn ich die jetzt suche, dann finde ich die hier eingesetzt. Also die ist quasi schon eingesetzt, aber an der falschen Position. Und wie bekomme ich die jetzt hier hoch zur grauen Ebene? Das ist kein Ding. Wir drehen die einfach hier nach oben. Ob jetzt nach links oder rechts ist egal. Ich mache es einfach mal nach rechts. Dann drehe ich die nach oben. Und dann muss ich eben hier unbedingt die Ecke wieder richtig drehen. Genau. Dass das hier wieder zusammenpasst. Und dann habe ich meine lila Blumen. gelbe Kante hier rausgerettet. Und kann die dann hier einsetzen. Das heißt, wir drehen die wieder gegenüber von der Position, wo sie dann hingehört. Nämlich hier hin. Lila guckt mich an. Die Ecke ist auch lila. Also kann ich die problemlos hier einsetzen. Wir öffnen den Deckel. Schieben sie rein. Und schließen den Deckel. Und schon habe ich die Kante eingesetzt. Und bei meiner letzten Kante habe ich jetzt den Spezialfall, dass die bereits eingesetzt ist, aber falsch gedreht. Und in dem Fall müssen wir sie ebenfalls wieder nach oben drehen. Also ob rechts oder links ist auch wieder egal. Ich drehe sie diesmal nach links oben hin. Und dann muss ich die eben hier rausschieben. Genau. Und dann habe ich die gerettet. Aber ich muss unbedingt hier wieder die Ecke korrigieren, dass das hier wieder zusammenpasst. Und hier liegt jetzt meine Kante. Und wenn ich die jetzt hier gegenüber von hier hinschiebe, also genau da hin, dann sehe ich allerdings wieder, dass sie mich gerade lila anguckt, obwohl die Ecke hier grün ist. Das heißt, ich muss sie von hier links nach rechts rüber transportieren, damit das eben nicht mehr so ist. Also drehe ich die einfach mal nach oben und schiebe die hier rüber. Genau. Jawohl. Und jetzt guckt mich lila an und die ist auch lila. Also kann ich die ganz problemlos einsetzen, indem ich den Deckel öffne, schiebe die hier rein und schließe wieder den Deckel. Genau. Und schon haben wir die zweite Ebene vollständig gelöst. Jetzt kommen wir zur mittleren Ebene und da müssen wir wieder die Ecken zuerst mal richtig drehen. Und die Ecken der mittleren Ebene sind eben diese hier. Das heißt, ich drehe die einfach jetzt hier mal korrekt alle. Die stimmt schon. Die muss so gedreht werden. Die muss auch hier noch gedreht werden. Und somit haben wir die Ecken wieder richtig gedreht. Und jetzt kann man auch nämlich ganz gut erkennen, wo wir jetzt die Kanten einsetzen müssen. Und zwar sind das diesmal nicht nur fünf Kanten, sondern sogar zehn. Also hier ist jetzt ordentlich an Arbeit zu erledigen. Und wir beginnen einfach gleich mal und zwar mit der gelb-orangenen Kante. Und um hier die Kante einzusetzen, muss die Kante, die wir hier brauchen, nämlich die gelb-orangenen, hier nach oben gedreht werden. Also suchen wir die jetzt erst einmal. Meine liegt hier drinnen. Und das ist wirklich ein häufiger Fall. Dass eben die Kanten hier bereits schon woanders eingesetzt sind, aber an der falschen Position eben. Und um die eben nach oben zu transportieren, denn das müsst ihr nämlich immer machen, muss ich die einfach hier jetzt mal nach oben drehen. Und dann hier eben sichern. Nämlich so, dass die eben hier bei der grauen Ebene liegt. Und wichtig, ihr müsst natürlich hier wieder die Ecke richtig drehen. Damit ihr hier gelöste Kanten, hier sind zwar keine drinnen, aber falls welche drinnen sind, dass die dann nicht zerstört werden. Hier habe ich jetzt meine orange-gelbe Kante und die liegt jetzt auch schon genau in der richtigen Position. Wäre das bei euch jetzt nicht der Fall gewesen, dann hättet ihr die aber problemlos über die graue Ebene hier rüber schieben können. Wenn wir die jetzt hier einsetzen möchten, es könnte natürlich sein, dass das bei euch links ist, aber bei mir ist es gerade rechts, aber im Prinzip funktioniert das gleich und ich zeige es später dann eh nochmal. Bei mir muss man die jetzt nach rechts einsetzen, aber zuerst überprüfen wir mal. Orange guckt mich an und die Ecke ist auch wieder orange. Also das funktioniert eh genauso wie auch bei der zweiten Ebene, das muss nämlich übereinstimmen. Bei mir ist das jetzt so der Fall, das heißt ich kann die problemlos einsetzen. Wenn das jetzt bei euch gerade nicht so der Fall ist, dann komme ich später gleich noch dazu, wie ihr die umdrehen könnt. Aber bei mir stimmt das orange und orange. Also öffne ich den Deckel und schiebe meine Kante einfach so wie immer rein und schließe den Deckel wieder. Gut, die habe ich jetzt gerade eingesetzt und jetzt machen wir einfach mal zum Beispiel diese hier. Und zwar muss die die Farben orange und lila haben. Dann suche ich mir mal diese Kante und die befindet sich jetzt hier drinnen. Also wie gesagt, es ist kein seltener Fall, bei mir ist die jetzt bereits woanders quasi eingesetzt, aber eben falsch, an der falschen Position. Das heißt, ich muss die zuerst mal zur grauen Ebene nach oben transportieren. Das heißt, ich drehe die einfach nach oben und hoch zur grauen Ebene. Und dann muss ich aber wieder die Ecke hier korrigieren. Genau, dann ist die wieder korrigiert und ich habe meine lila-orange Ebene auf der grauen Ebene oben. Und dann kann ich die nämlich problemlos hier rüber transportieren, denn da muss sie dann später eingesetzt werden. Na? So, genau. Hier muss sie eingesetzt werden. Das heißt, wir gucken erst mal, ob die Farben übereinstimmen. Das ist aber jetzt nicht der Fall, denn lila guckt mich an und die Ecke ist aber orange. So, in dem Fall müssen wir die jetzt also drehen. Und wie funktioniert das? Wir machen das mit einer Weltumrundung. Und eine Weltumrundung ist eigentlich nichts Kompliziertes. Wir drehen einfach die Ecke hier rüber, dann hier rüber, dann hier rüber. Also wir machen hier quasi wirklich eine Weltumrundung. Also einfach hier bei der grauen Ebene einmal um die Welt drehen. Und dann kommt sie eh wieder genau da an, wo sie gestartet ist. Genau. Und diesmal ist nämlich orange die Farbe, die mich anguckt. Und die Ecke ist ja auch orange, also können wir die problemlos einsetzen. Und zwar diesmal hier links. Das heißt, ich öffne den Deckel und schiebe meine Kante rein und schließe wieder den Deckel. Und dann haben wir die ersten beiden Kanten eingesetzt und das ist quasi immer dasselbe. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal hier lila-blau. Sehen wir mal nach, wo die denn ist. Ah ja, jetzt haben wir diesmal Glück gehabt, denn diesmal ist die lila-blaue Kante bereits bei der grauen Ebene. Und dann kann ich die einfach hier rüberschieben. Da, wo ich sie eben brauche. Genau. Hier liegt sie. Und die muss eben hier rechts unten eingesetzt werden. Aber es stimmen wieder die Farben nicht überein. Denn lila guckt mich an und die Ecke ist aber blau. Also machen wir nochmal eine Weltumrundung. Übrigens ist es komplett egal, ob ihr die Weltumrundung nach links startet oder rechts startet. Ist völlig egal. Ich mache es jetzt einfach mal nach rechts. Das heißt, ich drehe hier rüber. Dann drehe wir die hier rüber. Hier ist die Kante. Dann drehe wir die weiter. Und nochmal weiter. Und dann zum Schluss landet sie wieder da, wo sie gestartet ist. Aber sie ist eben gedreht. Denn diesmal guckt mich hellblau an. Und die Ecke ist ja auch hellblau. Das heißt, ich kann hier ganz einfach den Deckel öffnen und sie dann wieder einsetzen. Okay, genau. Und eingesetzt. Wunderbar. Und das macht jetzt eben mit allen weiteren Kanten. Das funktioniert nicht anders, so wie ich es jetzt auch gezeigt habe. Es sind halt zehn Kanten. Deswegen zeige ich euch jetzt nicht alle zehn Kanten, wie ich die löse. Es funktioniert ja immer gleich. Aber ich zeige euch jetzt noch einen Spezialfall. Denn ich möchte jetzt die hellblaue und hellgrüne Kante lösen. Und wie man sieht, ist die ja bereits eingesetzt, aber falsch gedreht. Aber im Prinzip funktioniert das wieder genau gleich. Man dreht die Kante einfach wieder hoch zur grauen Ebene. Genau. Dann ist die jetzt hier oben bei der grauen Ebene. Und ich muss meine Ecke wieder richtig drehen. Damit ich hier auch ja nichts zerstöre, falls da schon eine gelöste Kante drinnen gewesen wäre. Und jetzt haben wir die hier oben. Aber die ist natürlich falsch gedreht. Denn hellgrün guckt mich an. Und hier ist aber hellblau. Also machen wir nochmal eine Weltumrundung. Weltumrundung. Ob nach rechts oder links, ist mir egal. Ich mache es diesmal nach links. Also ich beginne hier, indem ich nach links drehe. Hier ist jetzt die Kante. Dann drehen wir die weiter. Jetzt ist sie hier. Dann drehen wir sie nochmal weiter. Und nochmal weiter. Und zum Schluss kommt sie wieder da an, wo sie gestartet ist. Ups. Okay. Und jetzt stimmt das nämlich über ein hellblau und die Ecke ist hellblau. Das heißt, ich kann den Deckel öffnen, sie einsetzen und den Deckel wieder schließen. Und dann habe ich auch diese Kante eingesetzt. Und so geht es dann mit den anderen immer weiter. Da sollten keine großartigen Probleme aufkommen. Im vierten Schritt lösen wir die vorletzte Ebene. Und da werden wir jetzt ebenfalls wieder zuerst die Ecken lösen. Das heißt, wir drehen einfach diese Ecken hier alle. Also die letzten Ecken, die noch übrig bleiben, die drehen wir jetzt alle mal korrekt. Und jetzt, wenn ich das hier auch noch fertig mache, genau, dann sieht man, hat man erstens hier oben quasi den grauen Stern fertig und alle Ecken sind richtig gedreht. Und jetzt erkennt man, dass man hier eben im vierten Schritt die vorletzte Ebene lösen muss. Und zwar eben diese Kanten, die ich hier auch die ganze Zeit schon zeige. Und hier handelt es sich jetzt definitiv um den schwierigsten Schritt. Und das hebt sich auch ein bisschen von den vorherigen Schritten, die wir bisher gemacht haben, ab. Das liegt daran, dass wir eben hier jetzt nicht mehr wild rumdrehen können, sondern wir müssen jetzt wirklich, wenn wir hier jetzt zum Beispiel diese Kante einsetzen wollen, müssen wir wirklich jeden einzelnen Fall durchgehen. Also ob jetzt zum Beispiel die Kante hier liegt, die Kante hier liegt, die Kante hier liegt oder die Kante hier liegt. Das sind alles die Fälle, die ich jetzt durchgehen werde. Ich werde zuerst eine Fallübersicht machen, was es alles gibt. Und dann könnt ihr im Inhaltsverzeichnis immer zu dem jeweiligen Fall springen, je nachdem, welchen ihr eben gerade habt. Den ersten Fall würde ich aber trotzdem generell angucken, obwohl ihr den jetzt nicht habt, denn das ist definitiv der wichtigste. Aber jetzt erstmal zur Fallübersicht. Also los geht's. Wir möchten bei der Fallübersicht jetzt immer die grün-rosene Kante einsetzen. Und der erste Fall ist, dass die Kante rechts hier im Jenseits liegt. Also hier muss sie eingesetzt werden und sie liegt hier rechts im Jenseits. Das ist quasi die Position des Jenseits. Das nenne ich halt eben so. Und dann kann es eben auch sein, dass die eben nicht rechts, sondern links im Jenseits liegt. Und das ist wirklich die wichtigste Position, die ihr brauchen werdet. Und die würde ich euch wirklich empfehlen anzugucken, egal ob ihr den gerade habt oder nicht. Also als erstes diese zwei Fälle hier angucken. Dann gibt es auch den Fall, dass die grün-rosa Kante links daneben liegt. Also hier liegt sie und hier gehört sie eingesetzt. Oder sie liegt nicht links daneben, sondern eben rechts daneben. Oder die grün-rose Kante liegt rechts darüber oder eben links darüber. Dann kann es sein, dass die grün-rose Kante ganz hinten beim Würfel liegt. Also hier hinten. Und da ist es übrigens egal, ob sie jetzt hier liegt oder hier liegt oder hier liegt. Hauptsache sie liegt hinten. Das ist ein Fall. Und zu guter Letzt gibt es quasi noch den Spezialfall, dass eben die Kante bereits eingesetzt ist, aber eben falsch gedreht ist. Und je nachdem, welchen Fall ihr bekommt, guckt ihr im Inhaltsverzeichnis nach dem Zeitstempel. Das Inhaltsverzeichnis befindet sich entweder in den Kommentaren ganz oben, also der erste Kommentar, oder ihr öffnet die Videobeschreibung, da ist das auch zu finden. Oder eben bei der Zeitleiste, da ist ja auch ein Inhaltsverzeichnis zu sehen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, die ersten beiden Fälle, die vorkommen können, also die beiden mit dem Jenseits, anzugucken, obwohl ihr den Fall vielleicht auch gar nicht gerade habt. Wir beginnen mit dem wichtigsten Fall, der vorkommen kann, und zwar wenn die Kante rechts im Jenseits liegt. Also ihr habt jetzt euch irgendeine Kante ausgesucht, zum Beispiel eben hier die grün-rosane, und wenn ihr die sucht, dann findet sich die hier so rechts hinten. Also das nenne ich eben das Jenseits, rechts im Jenseits. Zuerst müsst ihr gucken, ob die Farben nicht übereinstimmen. Ja, diesmal dürfen sie nicht übereinstimmen. Also hier haben wir rosa, und hier haben wir grün. Das ist genau perfekt. Wenn ihr das habt, dann macht ihr das jetzt mal, und wenn das eben gerade nicht so ist, also wenn das hier dieselben Farben sind bei euch, dann komme ich gleich noch zu euch, aber ich zeige euch jetzt mal, wie man das hier grundsätzlich einsetzt. Und zwar öffnen wir hier den Deckel und setzen eben unsere Kante, das ist die hier, hier ein, schließen wieder den Deckel, und diesmal müssen wir auch wirklich darauf achten, dass die Ecken immer wieder richtig gedreht werden. Ja, und dann ist die hier eingesetzt. Und es kann nämlich sein, dass die Kante bei euch, die eben hier liegt und hier eingesetzt gehört, also die grün-rose Kante, dass die hier oben rosa ist und die Ecke hier auch rosa ist, also die Farben übereinstimmen, und das soll eben genau nicht der Fall sein. Also wenn ihr diesen Fall habt, dann müsst ihr einfach diese Kante hier rüber drehen. Das mache ich jetzt einfach mal, ich drehe die Kante hier rüber. Ups, genau. Und jetzt habe ich eben die Kante an der linken Position, also quasi links im Jenseits. Und dann kann ich einfach wieder hier den Deckel öffnen, die Kante einsetzen und schließe wieder den Deckel. Und jetzt ist wichtig, dass ihr hier diese Ecke wieder in der richtigen Reihenfolge zudreht, also zuerst diese natürlich. Und da wir ja die Kante hier von rechts rüber gedreht haben, müssen wir zuerst diese hier richtig drehen. Und dann diese hier richtig drehen. Das ist wichtig, dass ihr die wirklich dann, weil wir haben die ja hier so rüber gedreht, zack, zack. Und so müssen wir das auch wieder rückgängig machen, also zack, zack, zack. Die Reihenfolge ist wichtig. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die Kante, die hier eingesetzt gehört, die grün-rose Kante, links im Jenseits liegt. Also das hier hinten ist das Jenseits. Und in diesem Fall müssen wir jetzt wieder erstmal überprüfen, ob die Farben nicht übereinstimmen. Richtig gehört, nicht übereinstimmen. Also hier oben rosa und hier ist aber grün, also passt das perfekt. Wenn die bei euch übereinstimmt, also wenn ihr hier jetzt zum Beispiel grün habt und hier grün habt, dann komme ich gleich noch zu euch. Aber wenn das nicht übereinstimmt, dann könnt ihr die schon mal einsetzen. Also ich öffne den Deckel, setze meine Kante ein und mache den Deckel wieder zu. Und wichtig, diese Ecke muss wieder korrigiert werden. Und schon habe ich meine Kante eingesetzt. Und das kann nämlich auch sein, dass bei euch die grün-rose Kante so gedreht ist, dass eben hier die Farben übereinstimmen. Also grün und grün stimmt überein. Und in dem Fall muss man die Kante eben von hier links nach rechts rüber drehen. Also quasi einmal wieder diese Weltumdrehung machen. Also ich drehe die hier rüber und zack, genau. Und jetzt kann ich die nämlich problemlos einsetzen, denn jetzt stimmt ja die Farbe hier nicht überein. Also wir drehen den Deckel auf, setzen die Kante ein und drehen den Deckel wieder zu. Und jetzt ist wichtig, dass ihr die Ecken hier wieder in der richtigen Reihenfolge richtig dreht. Also zuerst diese hier, dann diese hier und dann erst diese hier. Und dann haben wir die eben richtig eingesetzt. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die Kante, die wir hier einsetzen wollen, also die grün-rosa Kante, rechts daneben liegt. Und hier müssen wir jetzt erstmal überprüfen, dass die Farben übereinstimmen. Und das ist auch der Fall. Also diese Kante, die zeigt mit der Farbe rosa zu mir. Und die Ecke ist ebenfalls rosa. Also hier passt das. Und wir können ganz normal den Deckel öffnen. Und die Kante einsetzen. Und hier die Ecke auch wieder korrigieren. Aber was ist, wenn bei euch die Farben nicht übereinstimmen? Das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir jetzt nämlich den Fall, ich habe hier die Kante rechts daneben und sie muss hier eingesetzt werden. Aber die Farbe, die zu mir zeigt, ist grün und die Ecke ist aber rosa hier. In diesem Fall, ich zeige euch mal, was passieren würde, wenn wir die einsetzen. Dann würde die natürlich falsch drinnen liegen. Also zeige ich euch, wie man das richtig macht. Genau. So, ihr dreht jetzt diese Ecke einmal um die Welt. Also wir drehen die jetzt erstmal nach oben. Genau, hier hinten hin. Und drehen die jetzt hier rüber. Also hier rüber, jetzt liegt die hier. Und hier rüber. Also wir drehen die quasi links ins Jenseits. Und jetzt können wir die nämlich auch genauso einsetzen. Und deswegen sage ich auch immer, dass das Jenseitseinsetzen wichtig ist, weil wir die, wenn wir die falsch drinnen liegen haben, immer zur anderen Seite rüber drehen. Allerdings nur ins Jenseits. Gut, also Jenseitseinsetzen ging ja folgendermaßen, dass ich den Deckel öffne, die Kante einsetze und den Deckel wieder schließe. So, und da wir ja die Weltumrundung gemacht haben, müssen wir die auch wieder rückgängig machen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Also zuerst hier links, dann diese hier. Dann die hier. Und zum Schluss noch diese hier. Das ist wichtig, dass das in der richtigen Reihenfolge ist, weil man sich sonst die anderen Kanten zerstören würde. Hier haben wir jetzt den Fall, dass die grün-rosa Kante links daneben liegt. Und hier müssen wir jetzt wieder gucken, dass die Farbe, die zu mir zeigt, übereinstimmt mit der Ecke. Also grün und grün, das passt. Also können wir die ganzen mal einsetzen. Wenn das bei euch jetzt nicht der Fall ist, dann komme ich gleich noch zu euch. Aber jetzt erst mal, wenn das übereinstimmt, dann können wir die ganze mal einsetzen, indem wir den Deckel öffnen, die Kante einsetzen und den Deckel wieder schließen. Und die Ecke, die müssen wir hier noch reparieren. Dann ist die eingesetzt. Und jetzt zeige ich euch den Fall, wenn die Farben hier nicht übereinstimmen. Hier ist das jetzt nämlich so. Also die grün-rose Kante, die wir hier einsetzen wollen, liegt links daneben. Also gucken wir, die Farbe rosa haben wir hier, die zu mir zeigt. Aber die Ecke ist nicht rosa, also die Farben stimmen nicht überein. Und in dem Fall müssen wir diese Kante jetzt mal nach oben drehen, zur grauen Ebene. Also hier hin. Und dann einmal die Welt umrunden, und zwar bis hier hin. Also hier rüber und hier rüber. Und wir setzen die Kante nämlich nur bis dahin. Also quasi rechts ins Jenseits. Deswegen ist das Jenseits auch so wichtig, weil das nämlich sehr oft vorkommt. Also Jenseits einsetzen gegen folgendermaßen. Man öffnet den Deckel und setzt die Kante ein. Und dann schließt man wieder den Deckel. Und wichtig ist, dass man die ganzen Ecken jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge rückgängig macht. Also zuerst diese Ecke, dann diese Ecke, diese. Und dann zum Schluss noch die hier. Jawohl, und dann ist die richtig eingesetzt. Wir haben jetzt den Fall, dass die rosa-grüne Kante rechts darüber liegt. Und in dem Fall muss man diese Kante einfach nur hier runterdrehen. Und dann haben wir ja wieder den gleichen Fall, wie eben, dass man die Kante rechts daneben hat. Und das kann man dann auch genauso lösen. Also man muss erstmal gucken, dass die Farbe hier übereinstimmt. Rosa und rosa stimmt in dem Fall überein. Also können wir die problemlos einsetzen. Also öffnen wir den Deckel. Setzen sie ein. Und schließen wieder den Deckel. So, und dann müsste man die Ecke noch richtig drehen. Aber da die ja bei uns rechts darüber lag, müssen wir sie jetzt nicht machen. Und was wäre gewesen, wenn die Farbe nicht übereinstimmt hätte? Also hier rosa gewesen wäre, aber hier grün. Dann könnt ihr einfach im Inhaltsverzeichnis mal zurückspringen. Da kommt ihr dann zu dem Fall rechts daneben. Und dann, wenn es eben nicht übereinstimmt. Da könnt ihr einfach im Inhaltsverzeichnis zurückspringen, wie das ging. So, hier haben wir jetzt den Fall, wenn die Kante links darüber liegt. Und hier gehört sie eben eingesetzt. Also die grün-rose Kante liegt links darüber. Und um das zu lösen, müssen wir die einfach nur hier runterdrehen. Und dann haben wir ja wieder genau denselben Fall, wie wenn sie eben links daneben liegen würde. Wenn ihr den schon könnt, könnt ihr das quasi eh schon lösen. Also ich zeige es euch. Zuerst muss man gucken, ob die Farben übereinstimmen. Das ist gerade der Fall. Also können wir die problemlos einsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wisst ihr ja schon, wenn ihr den Fall könnt, mit links daneben, dass man hier quasi einmal die Weltumrundung machen müsste bis zum Jenseits. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann guckt einfach im Inhaltsverzeichnis nach dem Schritt links daneben. Da liegt sie nämlich gerade. Und wenn die Farben nicht übereinstimmen. So, bei mir stimmen sie aber jetzt überein. Also öffne ich meinen Deckel, setze die ein und schließe wieder den Deckel. Und dann, die Ecke stimmt schon, wunderbar. Und dann haben wir die eingesetzt. Hier haben wir jetzt den Fall, dass meine grün-rosa Kante ganz hinten liegt. Und es könnte auch sein, dass die bei euch zum Beispiel hier liegt oder hier liegt. Zeige ich euch gleich noch. Aber im Prinzip muss man da eigentlich nur eine zusätzliche Bewegung machen. Also wenn bei euch jetzt die Kante, die liegt bei mir hier. Wenn die bei euch jetzt hier liegt oder hier liegt, dann müsstet ihr einfach nur hier den Deckel hochschieben. Oder eben, wenn die hier liegt, dann müsst ihr diesen Deckel hochschieben. Also das wäre kein Mehraufwand. Aber bei mir liegt sie jetzt direkt eben hier oben ganz hinten. Und wie kann man das lösen? Zuerst muss man gucken, in welche Richtung wir jetzt gleich drehen müssen. Und das erkennt man an der Farbe, die man sieht. Also ich sehe hier gerade rosa. Also muss ich die auch hier nach rechts drehen, weil hier ja meine rosa Farbe ist. Würde die bei euch jetzt eben grün aussehen oder eben die Farbe, die links liegt, dann müsst ihr eben nach links drehen. Ja. Aber bei mir ist es rosa, also drehe ich jetzt hier nach rechts. Und jetzt habe ich wieder ganz normal den Fall, wenn sie rechts im Jenseits liegt. Das ist nichts anderes. Also ich öffne den Deckel vom Jenseits, füge die ein und schließe wieder den Deckel. Und dann muss ich hier nur mehr zuerst diesen Deckel richten und dann diese Ecke richten. Ja. Und dann haben wir die eingesetzt. Hier haben wir jetzt auch einen Fall, wenn die Kante ganz hinten liegt. Also meine grün-rosa Kante liegt ganz hinten. Diesmal allerdings nicht hier, sondern hier. Und das ist auch nichts anderes, wie wenn sie hier liegen würde. Denn ich kann sie einfach hier positionieren. Das ist nichts anderes. Gut, jetzt liegt sie hier und dann kann ich mal gucken, wo ich sie hindrehen muss. Denn grün guckt mich an und meine grüne Fläche ist hier. Also muss ich sie eben auch genau hier nach links ins Jenseits drehen. Also genau so. Und das Jenseits einsetzen, das müsstet ihr schon können. Das funktioniert folgendermaßen. Deckel öffnen. Unsere Kante, die hier liegt, setzen wir ein. Und den Deckel schließen wir wieder. Und dann haben wir die eingesetzt. Und jetzt müssen wir in der richtigen Reihenfolge noch die Ecken hier wieder lösen. Also zuerst diese hier. Und dann erst diese hier. Und die ist eingesetzt. Also wunderbar. So, und der letzte Fall, der auftreten kann, ist, wenn die Kante bereits eingesetzt ist, aber eben falsch rum gedreht ist. Und in diesem Fall müsste die Kante einfach nur in irgendeinem Jenseits rüberdrehen. Ich dreh sie einfach jetzt mal nach rechts ins Jenseits. Ist völlig egal. Also wenn wir sie nach rechts ins Jenseits reindrehen möchten, dann müsst ihr zuerst die Ecke vom Jenseits öffnen. Und zwar runterdrehen. Und dann können wir hier unseren Stein einsetzen. Ja, und dann einfach nur mehr zuerst das Jenseits, die Ecke richtig drehen und dann die Ecke, wo wir sie dann auch einsetzen. Genau. Und jetzt haben wir die eben rechts ins Jenseits eingesetzt. Und jetzt können wir sie richtig einsetzen. Aber man sieht, rosa guckt mich an und hier ist ebenfalls rosa. Also da stimmen die Farben überein. Das heißt, ich muss sie eben hier rüberdrehen. Also drehe ich die mir einfach rüber. Genau. Und jetzt stimmen die Farben nicht überein, denn hier ist rosa und hier ist grün. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen beim Jenseits. Also öffne ich den Deckel, setze die Kante ein und schließe den Deckel. Und jetzt müssen wir wieder in der richtigen Reihenfolge alles wieder richtig drehen. Also zuerst diese Ecke, also wirklich alles in der richtigen Reihenfolge rückgängig machen. Dann diese und diese und zum... Ja, das war's schon. Und jetzt haben wir die eben richtig gedreht. Und dann haben wir eigentlich alle Fälle durchgemacht. Und so könnt ihr das wirklich mit jeder einzelnen Kante machen, die ihr hier noch einsetzen müsst. Das ist wirklich ein komplizierter Schritt. Am besten ihr guckt euch das mehrmals an, dann versteht ihr das auch. Und wenn ihr wirklich nicht weiterkommt, dann kann ich euch in den Kommentaren helfen. Jetzt kommen wir zur grauen Ebene und da werden wir jetzt erstmal die Kanten ausrichten. Und was heißt Kanten ausrichten eigentlich? Kanten ausrichten heißt, dass eben alle Kanten an der richtigen Position sitzen. Also wie man hier sieht, sitzt gerade gar keine Kante an der richtigen Position, denn beige gehört nicht zu grün, grün gehört auch nicht zu orange. Ihr versteht, was ich damit meine. So, und ich zeige euch jetzt erstmal das Prinzip vom Sledgehammer. Denn jetzt kommen wir zu einem kleinen Algorithmus, der ist wirklich ganz einfach. Und zwar mache ich jetzt mal den Sledgehammer und ihr achtet darauf, wo jetzt gleich meine grüne Kante landet. Also aktuell liegt sie hier links. Ich mache jetzt mal den Sledgehammer. So funktioniert der. Und zack, meine grüne Kante ist jetzt hier in der Mitte, also von hier nach hier gelandet. Und wenn ich den jetzt nochmal mache, dann landet meine Kante hier. Also die wandert quasi von hier nach hier nach hier. Und die anderen ebenfalls, also quasi gegen den Uhrzeiger, wandern hier meine Kanten hin und her. Wenn ich den Sledgehammer rechts anfange, dann wandern eben meine Kanten im Uhrzeigersinn, weil die grüne Kante war ja gerade hier und ist jetzt hier. Also die würde dann hier hin und her wandern im Uhrzeigersinn. Das ist das Prinzip vom Sledgehammer und das müsst ihr jetzt eben wissen. Jetzt, wo ihr den Sledgehammer verstanden habt, können wir dann auch wirklich lösen. Und das erste Ziel ist, dass wir eine einzige Kante richtig ausrichten. Also die muss gar nicht da richtig drinnen sein, die muss einfach nur richtig ausgerichtet sein. Also dass hier wirklich die beige-graue Kante liegt und wie die gedreht ist, also ob die umgedreht ist oder nicht, ist völlig egal. Ihr könnt da jetzt irgendeine aussuchen. Wenn ihr schon eine habt, dann könnt ihr das überspringen, aber ich habe jetzt hier noch keine. Gut, ich halte den Würfel egal wie es, völlig egal. Ich mache jetzt so lange den Sledgehammer, bis eine von den Kanten hier richtig drinnen liegt. Gut, fangen wir an. Ups, so. Gut, gucken wir, ist da jetzt eine richtig? Ja, tatsächlich. Bei mir sind sogar zwei richtig. Also hier ist jetzt orange richtig ausgerichtet und beige richtig ausgerichtet, aber es reicht, wenn nur eine ausgerichtet ist. Und im nächsten Schritt gucken wir jetzt eben, dass wir aus dieser einen Kante, die wir uns rausgesucht haben, einen Nachbar erstellen. Also entweder wollen wir hier einen Nachbar haben, also quasi den grünen-grauen Stein, oder hier den blau-grauen Stein. Der kommt allerdings nicht in Frage. Und warum? Weil wenn wir hier jetzt den Sledgehammer ausführen würden, also hier, hier die drei immer austauschen würden, dann würde der hier niemals blau hinkommen, weil hier ja kein Blau vorhanden ist. Also müssen wir jetzt bei meinem Fall den grünen-grauen Stein näher nehmen, denn wenn ich hier jetzt den Sledgehammer mache, also bei diesen dreien hier, dann wird grün irgendwann eben hier landen und somit dann der Nachbar von orange sein. Und das ist ja unser Ziel, dass wir hier zwei Nachbarn haben. Also mache ich jetzt den Sledgehammer so lange, bis eben mein grün hier liegt. Und aktuell liegt es hier also nochmal so lange, bis es eben an der richtigen Position liegt. Genau. Und jetzt haben wir zwei Nachbarn erstellt. Hier haben wir grün und orange. Das ist unser Ziel gewesen. Und dann habe ich hier jetzt noch einen nicht allzu seltenen Spezialfall. Und zwar habe ich hier meine Kante, die bereits gelöst ist. Und ich möchte jetzt entweder hier einen Nachbarn dazu legen oder eben hier. Und dieses Mal geht es bei beiden Seiten nicht. Also weder hier noch hier kann ich einen Nachbar hinschieben, weil wenn ich hier jetzt zum Beispiel meinen rosa Stein hinschieben möchte mit dem Sledgehammer, also bei diesen dreien, dann sehe ich hier, dass hier beim Sledgehammer-Bereich eben keine rosa ne dabei ist, kein rosa Stein. Und wenn ich neben dem beigen Kantenstein eben hier den blauen dazulegen möchte, dann ist das natürlich hier ebenfalls, denn hier ist nirgendwo ein blauer Stein. Und in dem Fall würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach den Würfel so haltet, dass ihr hier die gelöste Kante habt und einmal irgendwie den Sledgehammer macht. So, und dann ist es nämlich so, dass wir in dem Fall hier jetzt einen gelösten Kantenstein haben. Und dieses Mal ist es möglich, einen Nachbarn zu erstellen, denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier gucken, hier müsste dann der beige Kantenstein hin und den haben wir ja hier. Das heißt, wir können jetzt mit diesen dreien hier den Sledgehammer machen und dann haben wir nämlich neben dem rosa einen weiteren Kantenstein, also den Nachbarn. Machen wir das mal. Und zwar mache ich jetzt einmal hier den Sledgehammer und gucke, hier ist noch nicht der beige, also nochmal den Sledgehammer machen. Und jetzt habe ich hier den beigen Nachbarn von dem rosenen Kantenstein. Und im Moment ist es auch komplett egal, ob dieser rosene und der beige Kantenstein jetzt richtig gedreht sind oder nicht. Bei mir sitzen die jetzt zwar schon komplett richtig drinnen, aber das muss bei euch nicht der Fall sein. Sie müssen eben nur richtig ausgerichtet sein, aber nicht richtig gedreht sein. Und jetzt, wo wir zwei Nachbarn haben, können wir ja bei den anderen drei Kanten einfach auch nur noch nochmal den Sledgehammer machen. Und irgendwann ist es dann so ausgerichtet, dass eben alle Kanten richtig ausgerichtet sind. Also mache ich jetzt den Sledgehammer so lange, bis es richtig ist. Und jetzt ist es bei mir schon richtig. Könnte sein, dass ihr das nochmal machen müsst. Aber bei mir ist die jetzt ausgerichtet, die ist ausgerichtet, die und die. Im letzten Schritt müssen wir jetzt nur noch diese Kanten hier alle drehen. Und da gibt es drei Fälle, die vorkommen können. Ich habe jetzt hier den Fall, dass vier Kanten falsch sind. Und wenn vier Kanten falsch sind, können wir jetzt zuerst entweder die beiden lösen oder die beiden. Was nicht geht, ist, dass wir die beiden hier lösen. Kann man schon, aber wäre etwas blöd. Besser ist, wenn man entweder die beiden löst und dann die beiden. Wir lösen also jetzt erstmal diese beiden hier. Und wie machen wir das? Das funktioniert folgendermaßen. Und zwar müssen wir diese Kante erstmal hier runterdrehen. So. Und jetzt machen wir einmal eine Weltumrundung. Und zwar eine Weltumrundung hier rundherum. Also machen wir das mal hier rum. Hier rum. Hier. Jetzt ist die Kante hier. Und nochmal. Jetzt ist die Kante hier. Und zum Schluss setzen wir die einfach wieder hier ein, wo sie ja dann auch hingehört. Jetzt ist die hier richtig drinnen. Und wir wollen ja die blaue ebenfalls noch richtig drehen. Also schieben wir die jetzt erstmal hier rein. und machen jetzt die Weltumrundung, aber rückgängig. Also hier. Und die machen wir jetzt eben hier so rückgängig. Zack. Jetzt ist sie hier. Und zack. Jetzt ist sie hier. Hier. Und hier. Und jetzt können wir das einfach wieder hier rein drehen unseren Stein. Und hier nochmal die Ecke richtig drehen. Und jetzt haben wir grün, äh blau und orange fertig gedreht. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch bei diesen beiden. Und das wäre eben der zweite Fall, dass man eben nur zwei falsche hat. Und das funktioniert wieder ganz genau gleich. Also wir beginnen mit dem hier. Wir drehen den hier einmal runter. Und jetzt machen wir wieder die Weltumrundung. Also drehen wir den hier, quasi hier einmal um die Welt. Also zack. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Und jetzt setzen wir ihn hier ein. Denn hier gehört er auch später hin. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem rosa-roten Stein. Den drehen wir hier rein. Allerdings rückgängig. Also die Weltumrundung muss rückgängig gemacht werden. Also drehen wir den in diese Richtung. Also quasi hier so einmal rum. Das Ganze quasi rückgängig machen. Jawohl. Und jetzt einfach nur mehr richtig drehen. Und somit hätten wir den Würfel gelöst. Und der letzte Fall ist, dass die zwei falschen Kanten gegenüber sind. Und das ist im Prinzip aber auch wieder genau dasselbe. Denn man kann ja einfach den linken Stein hier runterkippen. Und dann sind nämlich die beiden ja wieder nebeneinander. Und das funktioniert auch genauso wie bei dem, wenn sie nebeneinander sind. Das heißt, wir drehen diese rechte Kante hier runter erstmal. Genau. Und machen dann hier die Umrundung. Also mit dem grauen Stein machen wir die Weltumrundung. Jetzt ist er hier. Hier. Dann hier rüber. Dann den Stein hier rüber. Und jetzt ist er eben hier wieder. Und den können wir dann einfach einsetzen. Und dann ist er richtig gedreht. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem Stein wieder rückgängig. Also wir drehen den hier einmal um die Welt, aber eben rückgängig wieder. Dass eben die ganzen Ecken hier wieder richtig gedreht sind. Genau. Und dann müssen wir das nur mehr richtig drehen. Dann gehört die Ecke noch richtig gedreht. Und jetzt nur mehr hier richtig drehen. Wunderbar. Und somit hätten wir jetzt den ganzen Würfel gelöst. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, dann könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben. Und ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten. Diesen Würfel hier könnt ihr auf Magic Cube Center kaufen. Und zwar am besten mit dem Rabattcode Petskraft, weil dann könnt ihr mich noch unterstützen. Und ihr bekommt 5% Rabatt auf eure Bestellung. Das wäre sehr, sehr nett. Ihr könnt jetzt noch weitere Tutorials angucken. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.